Hallo liebe Freunde da draußen, willkommen bei diesem kleinen Video. Wir haben uns die GoPro Hero 4 Silver besorgt und damit wollen wir natürlich jetzt ein paar Real-Life-Videos machen, überwiegend natürlich auf meinem Kanal, weil bei mir ja so ein bisschen die Real-Life-Action so in Gange ist. Und ich habe vor euch mitzunehmen auf eine kleine Fahrradtour. Wir werden den Unfallort ein bisschen kennenlernen. Da werde ich dann mal mit dem Finger drauf zeigen, wo mir der Unfall passiert ist. Und insgesamt einfach mal so, um zu gucken, wie das mit der GoPro so funktioniert. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Eigentlich hat die sehr gute Qualität und auch vom Ruggeln und so ist alles sehr, sehr top. Ich hoffe, dass man das auch so rüberbekommt. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne unter dem Video hier irgendwo drücken und dann ist das kein Problem. Also viel Spaß beim Video. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bupen! 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 J�, da nuevo Lobi! Bupen! 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 Bir ma самого gucken! Bupen! Ybersiание! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.